Um lieber kämpfen. Bereit, folgt mir. Ja. Um alles zerstoffen. Das Kitzelt. Bringen wir es zu Ende. Hey, halt doch still. Feindlicher Angriff. So, machen wir mal ein bisschen Overkill. Das Kitzelt. Schlagt sie zurück. Sie sind überall. Und alles kaputt machen. Das Kitzelt. Schlagt sie zurück. Und los. So, das ist die nächste Kröte dann. Wir verlassen euch nun. Viel Glück auf eurer Reise. Oh, die eine ist weg. Ihr seid frei, Prinzessin. Erhebt euch. Ja. Bereits. Los. Auf meinem Befehl. Ja, achtet darauf, dass die Prinzessin am Leben bleiben. Vorwärts. Sofort. Sollten wir ja jetzt getan haben. Weil der Weg zurück zum Portal ist frei. Schnell. Für die Freiheit. Feindlicher Angriff. Auf meinem Befehl. Schnell. Sofort. Ah, da ist die nächste. Welche haben wir jetzt? Südosten und Osten. Oh, mein lieber Kämpfer. Mal still. Auf mein Kommando. In die Schlacht. Um alles kaputt machen. Das Kitzelt. Schließt die Reihen. Wir verlassen euch nun. Viel Glück auf eurer Reise. Ja, die zweite ist auch durch. Das Kitzelt. Schlagt sie zurück. Komm zu Rump. Komm. Achso, ja. Umb kann gut wegstecken. Das ist das Gute an Umb. Komm zu Umb. Komm. Schlagt sie zurück. Verstärkt die Deckung. So, den kriegen sie auch noch ohne mich tot. Ein Gottesurteil, Speer und ein Blutband. Die Rune wird sofort ausgeführt. Ihr seid frei. Ja, ja, jede. Danke, der Flur ist gebrochen. Hier, mir nach. Und los. So, hier kann ich nirgendwo mehr lang. Auf mein Zeichen. Sofort. Das heißt, es geht wieder zurück. Wo wir hergekommen sind. Und dann mal hier runter. Vielleicht gibt's da eine Verbindung nach da oben, dass wir einmal im Kreis gehen können. Aber ja, bis jetzt ist der brennende Felsen... Oder die brennende Steine. Mal kurz gucken. Blazing Stones. Ja, also die brennende Steine. Nicht der brennende Felsen. Der brennende Felsen ist ein Teil von... ...ääh... ...Schaldun gewesen. Deswegen war ich verwundert. Hab mich aber scheinbar vertan. Ein bisschen. Ja. Sofort. Ja, um bis langsam. Sofort. Also die ersten drei Prinzessinnen haben wir schon mal. Schnell. Oh, ein paar Sinsenläufer. Okay. Folgt mir. Ach, und da kommt man gar nicht runter. Das ist einfach bloß ein Tal zur Verzierung. Okay. Und los! Wir verlassen euch nun. Viel Glück auf eurer Reise. Was? Schädelknacken. Schnell. So, komm. Und los! Wir wollen uns kaputt machen. Schließ die Reihen. Feindlicher Angriff. Das kitzelt. Verstärkt die Deckung. Hey, halt doch still. Was passiert eigentlich? Welchen Spiegelblät von dir rufe? Die machen nichts außer abringen. Komm zu Ump. Komm. Äh, falscher Skill. Ump alles kaputt machen. Ne, da wollte ich doch eigentlich. Ump alles kaputt machen. Zu Befehl. Vorwärts, Krieger! Halte durch, Männer! Habe ich eigentlich dran gedacht? Ja, ich habe den Seelenfels hier aktiviert. Gut. Ja, wir haben Klamotten. Bereits! Und los! Oh, dann kann ich dich erstmal wieder wegschicken. Ihr seid... Danke, der Flur ist gebrochen. Auf mein Kommando! So, die sollte es eigentlich auch recht einfach zurückschaffen, wenn sie einfach hier lang geht. Und ja, so wie es aussieht, geht es hier einmal rum. Also gucken wir erstmal, was hier ist. Folgt mir! Das war jetzt... Die sich im Norden aufhält. Oh, das war die, die sich im Süden auffällt. Schnell! Okay. Sofort! Ja, und hier ist echt gar nichts... Mir nach! Gar nichts los. Okay. Ja, folgt mir! Vorwärts! Sofort! Und los! Wir verlassen euch nun. Viel Glück auf eurer Reise! Ja, jetzt müssen wir nur noch das hier unten erreichen. Da müssen wir einmal außen rumlatschen. Aber das ist ja auch kein Problem. Da oben ist übrigens der Vulkan, den er hier aktiviert hat. Hier, mir nach! Mir nach! Bringen wir es zu Ende! Schlag sie zurück! Auf mein Kommando! Mir nach! So. Und los! Also die einzelnen Sensenläufer sind sowas von kein Problem. Ja! Folgt mir! Auf mein Zeichen! Schnell! Wir können das auf 13 machen. Hier gibt's nichts. Oh, auf der anderen Seite sind... Ah, cool! Hier! Sofort! Oder nicht ganz so cool sind... Schnell! Wehrwölfe! Mir nach! Mit Spawngebäuden! Krypt! Okay, gut! Für die Rune! Was hat es Spawngebäude? Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Kläge! Alles zerstampfen! Für die Rune! Au! So, du noch weg! Hier! Sofort! Und los! Für die Rune! Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Schlagt sie zurück! Hier! Mir nach! Und los! Vorwärts! Folgt mir! Schnell! Ah ja, okay. Hier geht's dann weiter, wenn wir die erste Quest gelöst haben. So, brennende Felsen. Okay, nicht brennende Steine. Es ist nicht der brennende Fels. Also nicht eins, also es sind die brennenden Felsen. Ja, vorwärts! Ja, Haarspalterei, ich weiß, aber... Folgt mir! Ist halt so. Schnell! In die Schlacht! Halte durch, Männer! Feindlicher Angriff! Auf meinem Befehl! Schnell! Und los! Mir nach! Und los! So, da ist die letzte Prinzessin mit den letzten Dämonenpeinigern. Was? Um hier hin, um da hin! Auf mein Kommando! Ja, um. Und los! Zur Ehre Aronius! Um, alles kaputt machen! Au! Halte durch, Männer! Komm zu Ump, komm! Sie sind überall! Hey, halt doch still! Feindlicher Angriff! Komm zu Ump, komm! Ja, der ist doch schon da, Ump. Sie sind überall! Um, alles kaputt machen! Fau ihn einfach. Das kitzelt! Verstärkt die Deckung! Hier! Sie sind überall! Sie sind überall! Halte durch, Männer! Hier! Sofort! Und los! Mir nach! Jetzt habe ich den richtigen erwischt. Gut. Ihr seid frei, Prinzessin! Erhebt euch! Danke! Der Flur ist gebrochen! Ich bin zum nächsten Mal! Dann, ja! Und, du hast du jetzt nichts! Dann, du hast du hinget, das ist ja!